Hallo meine cremigen Freunde, willkommen zurück zu einer Folge Advanced Warfare. Heute gibt es ein kleines Extra, ich zocke mit meiner Freundin zusammen. Im Splitscream bin ich oben, sie ist unten, wer ihr Bescheid wisst, wo ihr hingucken müsst. Alles klar, coole Sache. Ja, wenn ihr irgendwas extra haben wollt oder sagen wollt, hey, davon möchte ich gerne mehr sehen, dann schreibt es in die Kommentare oder könnt meinetwegen auch eine Diskussion eröffnen, wie ihr das möchtet. So, hey, ja, das fand ich jetzt zwar nicht so toll, aber könnt ihr gerne machen, bin für alles offen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich natürlich fragen, dann werde ich das auch per Facecam diesmal beantworten bei Gameplay von mir. Ja, seid ihr noch keine Abonnenten, dann kräftig abonnieren. Gefällt euch das Video, würde mich sehr freuen, einen Daumen nach oben oder ich freue mich über beides natürlich noch viel mehr, über einen Abonnent und über einen Daumen nach oben. Ja, bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht es gut! Ablenk! Ablenk! Ja, lenkt die mal ab. Ey, hier sind doch nur so Klosteinlutscher unterwegs. Ja, hier schießt doch als einer. Ja, spinnig. Ja, klar. Wer siehst du irgendwo ein? Ja, ich bin gerade schon angetürtet. Ja, man scheuß. Oh, da läuft einer. Der die Dohne. Hey, 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 hey 30 sexy vorm er ist auf den kiel ich jetzt mal ganz elegant ne du spielst gar nicht so schießt seine ecken probel in der nase rum einfach wichser von hinten alle schmuchte lu ja ich hab doch spart naja ich habe ich in der luft weggepfischt weil ich bin angler also hängt dann geschützt ja meine sache warum er hältst du die ganze zeit irgendwelche vorräte vielleicht soll ich das auch mal machen so jungs jetzt habe ich mal hier eine drohne ja alle er mit seiner laser bruttler scheiß waffe da alles nicht star wars ja beim alter wie sie alle hier wegfische ich bin echt ein angler weiß ich nicht muss angeln das geht ab wir feiern die ganze noch aber so schlecht kann doch gar nicht zielen sie ist gut bis profi ja natürlich also schlecht ziehe ich noch mann klingt schlecht OOP! OOOOP! Okay. OOOOP! Nie hauen! Doof? Du kannst doch nicht anpusten. Weißt du, was dir jetzt ein Mikro anhört? Als wär's ja irgendwo in Sibirien oder kommt ein Schneesturm oder sowas. Doch, die Schnee. Ja. Schnee im Sommer, wahrscheinlich. Das ist doch voll im Sommer. Sag mal, das gibt's doch nicht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Boah. Scheiß Warwörter. In eine Richtung musst du schon zielen. Sobald er weg ist, geh ich hier raus. Ich hasse es hier. Der ist weg, der Warbird. So, los geht's. Alter. Wo kommen die denn alle her? Nein. Nein. Ab und zu schuld. Sauberer Abschuss. Ey, der mit seiner scheiß hässlichen Kackpistole da. Nein. Oh, ja, Clown. Ah, ne. Ja, klasse. In dem Moment wär ich getötet. Die Jungs, da müsst ihr schon früh aufstehen und mich hier so Penis ab wegzustimmen. Nee, die haben da unten einen Geschütz hingestellt. Nein, hier nimm die Drohne. Nee, ich wollte die auch nicht nehmen. Ja, warum kommen die mir alle entgegen? Wow. Boah, aus jeder Ecke. Oh, da ist einer. Warum haben wir alle nicht getroffen hier, Mann? Was soll das hier? In der Luft weggehangelt. Junge. Junge. Boah, Alter. Ich blicke hier gerade gar nicht mehr durch. Jesus. Ich hätte ihn gekriegt. Junge. Ich auch. Das sind einfach voll die Schimmler. Ja. 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 Wir Extreme. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020